So bin ich halt. Meine armen Babys. Meine armen Babys. La-da-da-da-da-da-da-da. Ähm, okay. Oh. Nee. Was war das? Hm. Ah, Rapture Records, da ist es doch. Geil. Oh. 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 Und beseitigt den Dreck, wo er kann. Aber anstatt dafür eine Kehrschaufel zu benutzen, wie jeder andere Knecht, säubert Kuhl in die Landschaft mit eingängigen Melodien und geschickten Wortspielen. Und egal, wie schön es auch klingt, an dem Geruch von dem, was er wegputzt, ändert es nichts. Und wenn du das sagst. Oh, komm schon. Dann komm her. Ich hab vielleicht auch was für dich. Ja, dann komm doch her. Soll ich nicht abhauen, das soll ich kommen. Was macht der da für Randale da oben? Okay, das geht gar nicht. Komm her. Ja, und? Dann piss doch mit. Meinst du, ich seh dich nicht, oder was? Meinst du, ich bin blöd? Hä, wo ist der bitte? Das ist er doch da oben, oder nicht? So, du kleiner Pisser. Meine Kätzchen! Du hast meine ganzen Babys umgeflankt! Oh! Oh! Komm! Komm! Ja, das war er tatsächlich. Aber ich glaube, so gefällt er mir besser. Mach jetzt das verdammte Foto zack zack! Cool. Und wie gut ich ihn gekriegt hab, gell? Ich hab's nicht angefangen! Hör mich durch das vor. Hörst du denn den Leben aus? Du bist keine Motte, du. Du bist ein Engel. Ich habe noch nie einen Engel gemalt. Vielleicht sollte ich es mal. Nein, bitte nicht. Ah, okay. Ich denke die ganze Zeit, warum kann ich eigentlich nicht mal joggen. Gell? Lauf! Mach schneller! Lauf doch! Mach doch was! Alter! Geht's noch? Hilf mir! Oh nein, es geht auf mich los! Wo willst du hin, Schätzchen? Zeig dich! Geht's! Nein! Ah! Alter! Ehrlich jetzt? Ich will nicht gegen dich kämpfen. Nein, 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 das will ich nicht. Wie er mich sucht? Wo bin ich? Wird er irgendwann jetzt auch wieder normal? Ja, da bleibt er mir jetzt feindlich gesinnt. Jetzt ist er ja wieder normal, oder? Nein! Nein! Ciao! Au! Alter, ehrlich, du nervst. Da kommt er nicht rein. Da kommt er nicht rein. Bitte, Mr. Cone. Ich brauche ne Pause. Schätzchen! Wum hat's gemacht. Alter, mein Rollladen. Ich muss mal mein Rollladen kurz runterlassen. Die schöne Abendsonne scheint mir nämlich genau auf meinen Bildschirm. Das geht dich gar nix an. Komm her, du gegen mich. Auf! Was? Haha. Auf! Oh! Nicht schlecht. Und du kommst hier hin. Und lass uns. Damit hätten wir drei von vier. Wieso schaust du so? Es gefällt dir nicht, stimmt's. Ich hab's nicht nötig, mich von dir beurteilen zu lassen. Von niemandem. Du kannst mich mal! Ihr beschissenen Zweifler! Ihr könnt mich allemal! Damit ihr's wisst! Ihr alle! Genau! Ich geb mir meine Belohnung. Flieg davon, kleine Motte! Wow! Alter, was war das? Kommt doch! Wo sind sie denn? Okay. Ich krieg euch alle! Wird es auch irgendwann mal wieder auf? Wo willst du hin? Unfair! Entschuldige bitte diesen Wutausbruch! Du musst einem alten Narren sein Temperament verzeihen! Die Geburt steht kurz bevor! Die Schmerzen der Wehen können die Urteilskraft trüben! Und sogar den edelsten Geist zum triebhaften Tier werden lassen! Die Schmerzen der Wehen können die Schmerzen erlassen! Pissnölke! Okay! Wo ist der letzte? Im Eves Garden, im Poseidon Plaza. Er war eben so ein legendarer Lieber. Da war ich doch. Eves Garden. Komm, bite die Apple, Eves Garden. Hey du, Zirkus hast du zufällig. Maaan, ich brauch Eves Spritzen. Was war das? Willkommen im Zirkus der Werte. Willkommen im Zirkus der Werte. Willkommen im Zirkus der Werte. Jawoll ja. Will ich den Richter, Arschloch? So. Lass mal gucken. Eves Garden. Alter. Ja. Okay, ich bin in Eves Garden. Oben scheint anscheinend Party zu gehen. Ich dachte schon, du hättest die armen Jasmine vergessen. Da bin ich aber froh, dass das nicht der Fall ist. Entschuldigen Sie, Mr. Ryan. Ich wusste nicht, ich wusste nicht, dass Fontaine etwas damit zu tun hatte. Was machen Sie da? Nein! Nein! Bitte! Ich hab Sie doch geliebt! Nein! What the fuck? So langsam glaube ich, dass ich Andrew Ryan bin. Und das bloß nochmal weiß. Und das bloß nochmal weiß. Diese unheimliche Dr. Tennenbaum hat mir versprochen, es würde gar keine richtige Schwangerschaft. Sie würden mir einfach das Ei entnehmen, sobald Mr. Ryan und ich... Ich hab das Geld zu bringen gebraucht. Aber ich weiß, Mr. Ryan wird es durchschauen. Er wird rauskriegen, dass ich nicht aufgepasst habe. Das ich jetzt verkaufen habe. Mr. Ryan wird schrecklich wütend auf mich sein. Ja, ich glaube, dass ich Andrew Ryan bin. Die haben wir ja übel zugrichtet. Jasmin Jolene. Oh, das war meine Geliebte. Oh. Oh. Fett. Gehen wir mal lieber. Wird man hier eigentlich mal bedient? Versuch's doch mal.